Ah! Scheiße! Was war denn? Ah! 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 Fuck! Das war ja von... Ah! Willkommen zu meiner Sport-Challenge Extreme mit Mirko! Also ein Mirko gegen MP! Und zwar waren das die drei Kommentare Pah! Pah! Und Pah! 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 Zum Beispiel der Holzalbaner Das Video hat mir gezeigt, dass du nur Fame und Klicks willst Und was für ein Spaß du bist Ich finde deine unterhaltenen Videos echt sass Du könntest ein Vorbild aller YouTuber sein Ich verfolge deine Videos wirklich seit ca. 3 bis 40 Abonnenten Und hab mir damals gedacht, was für ein Spaß du bist Bis bis jetzt immer noch der gleiche Spaß Du Stück Scheiße Weiter so mein toller Spaß Ihr drei könnt euch irgendwas aus dem MP-Shop aussuchen Zum Beispiel Eine MP-Cap Wow! Hey! Ein MP-Shirt Fresh und Nice MP-Cool Sein Vater Oder Ich bin Albaner Und Leute bevor ihr euch beschwert, dass ihr gar nicht gewinnen konntet oder nicht gewonnen habt Ich mache noch eine richtig heftige Verlosung Ich mache noch eine richtig heftige Verlosung Was es dazu gewinnen gibt, wäre unter anderem Ich brauche Ich brauche Ich brauche Ich brauche Ich brauche Ich brauche Liege ich so im Bett YouTube-Trends Mige Pablo 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 Und dann dachte ich hier so, okay YouTube ist voll mit Mige Pablo Ist ja nicht schlimm So ein paar YouTuber machen jetzt ein Video über meine hässlichen Fresse Okay, die geben mir jetzt Props oder so Sagen eh nichts Schlimmes Du machst den schlimmsten Korb, den ich je auf YouTube gesehen habe Nee, Digga, der Typ badet in Missgeburt Was ist denn das für eine Chicken Wings? Für das Chicken Wings Baden Für das Chicken Wings Baden hatte ich mich schon längst Für das Chicken Wings Baden hatte ich mich schon längst entschuldigt Es kommen keine Baden-In-Videos mehr Beruhigst euch Es kam auch irgendwie noch von anderen Seiten Jetzt die letzten Tage, ich erwähne jetzt allgemein keine Namen Irgendwie da heißt es noch Ich reagiere auf gar nichts davon Denke mir so, yo, die rasten jetzt komplett aus Dann gab es noch andere Schüsse von anderen YouTubern Wie zum Beispiel meinen guten Kollegen Crafter Kong Okay, der liebe Luko sagt, ich mache schlechten Koch Das kommt von einem Spieler Einem Spieler Einem Spieler Koch Von Minecraft Ja, also an der Stelle, Kong Crafter, dein Koch ist um einiges besser Ich würde auf jeden Fall nicht gegen dich abspritzen Oh, dann die Warte mal Deine Fußball-Chash bestand aus Bei Hitze abspritzen Innovativ, Leute Das ist guter Koch Oder was macht der liebe Lugu noch Sich schminken Justin Bieber reagiert auf dein Video, Luca Das ist Justin Bieber Das Ding ist, ich habe jetzt Bock überhaupt da ernst drauf einzugehen oder so Nehmt mein Video hier mit Humor Ich nehme das selbst alles ernst gegen mich Genauso wie ihr die Videos über mich zu ernst nehmen solltet Nein, kleiner Spaß an dich, Charles Falls du jetzt ernsthaft nochmal ein Video mit mir machen willst Also Da möchte ich einfach nicht mal mir zu scheißen was gepfixst, dann wirst du dich auf YouTube eigentlich immer Oder stellt euch einfach mal vor 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 Auf Wofem Wer Sch Sch Koch Wäre in meinem Video zu sehen Nee, zu Du Stück Scheiß Oh, abspritzen Ist schwer